servus liebe leute und zweite update information dabei bin ich mir jetzt nicht sicher hat mir gerade ein abonnent geschrieben er hat geschrieben es gibt riesen level 8 das wäre richtig geil mauerbrecher level 7 neues kassern level also auch eine neue truppe neeres ist jetzt bis zu diesem zeitpunkt hier nicht bekannt aber wenn ich mehr weiß hau ich es euch raus das ist jetzt eine kleine er weiß es wahrscheinlich sicher von mir ist jetzt keine ahnung bin mir nicht sicher wo ich das her bringen sollte und wo er sehr hat aber wenn stimmt ich wollte es nicht mehr raushauen nachher stimmt es und ich weiß es und ihr wisst es dann auch und aber nimmt mir nicht übel wenn es nicht so kommen können soll und ja kurze information bis dann schönen abend noch gerade noch bevor ich das video ablohnen wollte ist mir aufgefallen hier seht ihr die kaserne es wird die kaserne level 11 sein was so eine truppe spekulieren könnt ihr mal unten in den kommentaren schreibt mal rein was es werden soll ich habe keinen plan es ist auf jeden fall eine elixier truppe krass und es gibt noch einen kleinen zusatz wie die kanone aussah das habe ich euch vorher nicht gezeigt ihr setzt jetzt hier noch mal kurz die kanone level 14 das ist immer gesehen habt auch mal im channel und nicht denkt was ok ich würde sagen jungs haut rein bis zum nächsten mal und ciao